Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Best Time Gaming. Vielen Dank fürs Einschalten. Es geht heute um die Cora-Aufträge. Ich sage euch jetzt alle Aufträge, die ihr machen müsst. Zeige euch, schneide euch immer rein, was ihr da auch machen müsst. Manche sind super einfach, manche sind so ein Stück weit knifflig. Da versuchen wir dann irgendwie zusammen eine Lösung zu finden. Aber ich bin mir sicher, dass wir für alles zumindest mal eine Idee haben, die ich euch auch jetzt direkt mal mitgeben kann. Also lasst uns mal rein starten. Ihr wisst ja, es geht um das erste Item, hier um den Ladebildschirm. Ich mache Seite für Seite. Ganz kurz zur Erklärung, weil es gibt zwei Seiten. Die erste Seite und die zweite Seite. Ziel ist es natürlich, die Items abzugreifen. Zum Schluss hier den Skin. Und hier geht es dann auch nochmal weiter. Und hier habt ihr auch nochmal einen weiteren Stil. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Das muss man sagen an der Stelle. Ich zeige euch gerade, wie ihr da rankommt. Also Belohnung Nummer 1. Ihr seht es hier. Das ist der Ladebildschirm. Was musst du dafür machen? Aufgabe Nummer 1 auf der Seite Nummer 1 ist, dass du aus dem Wasser einfach nur auftauchen musst. Das heißt, du schwimmst im Wasser und springst raus. Das kannst du an einem Fluss machen oder am Rand zum Beispiel einer Klippe und so weiter und so fort. Also einfach im Wasser schwimmen und aus dem Wasser auftauchen. That's it. Das ist schon alles. Dann geht es weiter. Das ist die Aufgabe Nummer 2 oder das Item Nummer 2. Und die Aufgabe dazu, die sage ich euch auch gut. Oder ganz kurz mal eben. Sinkflug des Avatars. So sieht das aus. Ziemlich wild. Ich finde es richtig cool. Diese Mischung hier aus Feuer, aus allen Elementen kannst du halt irgendwie auch sagen. Da siehst du das ja alles. Also ziemlich, ziemlich cool. Was musst du dafür machen? Du musst mythische Items aufsammeln. Einfach alles, was mythisch ist, das kannst du sehr, sehr gut in den Kisten machen. In diesen neuen goldenen Kisten. Die kennt ihr ja. Da hast du ja oft was drin. Aber es muss keine Waffe sein. Es kann auch jedes andere Item sein. Also mythisches Item aufsammeln. Und dann hast du das hier als Belohnung. Sinkflug des Avatars. Sehr, sehr cool. Dann geht es weiter. Item Nummer 3. Es ist ein Spray. Ich weiß, aber nichtsdestotrotz. Wir machen es der Vollständigkeit halber. Was musst du da machen? Du musst Gegnern Schaden zufügen, bevor der zweite Sturm kommt. Ihr wisst ja, ihr springt runter. Erste Sturmphase nach einiger Zeit. Der Countdown läuft ja immer rechts unter der Minimap. Kommt der zweite. Und noch bevor der zweite angesagt ist und eintritt, müsst ihr einem Gegner Schaden verursachen. Ist nicht wirklich schwer, wenn du an einem Hotspot landest. Meistens sind auch ein paar Bots dabei. Da kannst du schnell irgendwie Schaden erzielen und dann hast du es schon geschafft. Kannst du aus der Runde raus, wenn du sagst, oh nee, ist jetzt irgendwie doof. Ich habe es nur für die Aufgabe gemacht und gehst einfach in die nächste rein. Also relativ selbsterklärend. Wir gehen auf das nächste Item. Das ist Item Nummer 4. Und hier siehst du schon, ist ziemlich cool, wie ich finde. Die Lackierung ist so eine Art Comic-Style. Zumindest kommt es jetzt hier mal so rüber. Finde ich richtig cool. Farben der Wasserstämmer. So nennt sich das Ganze. Was musst du dafür machen? Rutschen, klettern oder irgendwo hochziehen. 50 Mal in irgendeinem Gebäude, an irgendeiner Wand. Im Link waren es jetzt 50 Mal. Wenn es weniger oder mehr sind, ja, dann Knüppel auf den Kopf. Dann ist es halt so. Aber das ist alles, was du machen musst. Du kannst das auch alles in einer Runde. Es stand nichts von verschiedenen Runden. Das heißt, du kannst an irgendeinem Gebäude dich 50 Mal hochziehen. Und dann kannst du schnell nacheinander abarbeiten. Ich glaube, das ist relativ leicht. Das war die Aufgabe Nummer 4 für Item Nummer 4. Aufgabe Nummer 5 für Item Nummer 5. Da seht ihr schon, das ist die Spitzhacke. Die Arme haben sich so irgendwie verwandelt in so eine Eisdinger. Ja, Kampffächer der Wasserbändiger. So nennt sich diese Spitzhacke. Sieht ganz nice aus. Vor allem der Effekt, wenn man schlägt. Was muss man dafür machen? Füge dem Gegner mit einer mythischen und einer nicht-mythischen Waffen Schaden zu. Wichtig ist, es muss derselbe Gegner sein. Das heißt, wenn ihr eine mythische Waffe habt, schießt ihr auf den Gegner. Die meisten machen das ja eh so. Du lädst wahrscheinlich nichts nach, sondern es gibt es sofort auf die zweite Waffe. Und hier müsst ihr halt darauf achten, was die zweite keine mythische Waffe ist. Das heißt, Schaden verursachen und dann direkt auf die zweite Waffe gehen, die dann irgendeine andere Waffe sein kann. Ja, nur halt nicht mythisch. Absolute Standardwaffe, eine grüne, eine blaue, eine was-was-ich-graue. Ihr wisst ja, was ich meine. Also das ist kein Problem. Erst mythisch und dann nicht mythisch. Wichtig nochmal, es muss der gleiche Gegner sein. Jetzt nicht einfach auf den nächsten schießen und sagen, hey, hat nicht funktioniert, das ist ja doof. Das würde nicht funktionieren. Wenn ihr diese Aufgaben alle hier erledigt habt, kriegt ihr in jedem Fall den Skin. Normalerweise reichen schon vier Aufgaben für den Skin. Ich kann euch nur empfehlen, macht es doch komplett, weil die Items sind kostenlos, wenn ihr den Battle Pass habt. Und dann seid ihr ja auch gut ausgestattet. Ich glaube, das ist ganz cool. Das schaltet ihr sozusagen dann auf der ersten Seite frei. Guckt mal, das ist der Skin dazu. Und natürlich auch die Lego-Variante, auch die ist da am Start. Die ist immer so ein bisschen klein, wenn ich so reinzoome, dann ist er halb weg. Aber so sieht das Ganze aus, einmal als Lego und Korra als Nicht-Lego-Variante. Auch hier so Comic-Style-mäßig. Finde ich ganz cool gemacht. Das war die Seite 1. Wir gehen mal auf die Seite 2. Hier wird es jetzt ein bisschen kniffliger. Hier kriegst du auch einen Loading-Screen dazu. So sieht der aus. Ich weiß nicht, warum es da unten als Fragezeichen, als kleines Fragezeichen-Item drauf ist. Es ist aber der Loading-Screen. So sieht der aus. Ausgeglichene Korra, alles cool bei ihr meint. Zumindest der Loading-Screen. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst Gegnern Schaden zufügen, wenn ihr weniger als 50 Energie habt. Also der grüne Energiebalken unten links, kennt ihr, muss geringer als 50 sein. Ihr könntet euch selbst Schaden zufügen und dann auf die Jagd gehen. Ihr springt von einer Brücke beispielsweise oder bei einer Explosion, Tankstelle. Da kriegt ihr auch Schaden. Aufpassen, dass er da nicht sterbt. Aber wenn ihr weniger als 50 habt, dann macht euch auf den Weg und verursacht Schaden bei einem Gegner. Und dann habt ihr das Loading-Screen schon erhalten. Das war dann Aufgabe 1 von Seite 2. Das ist die Seite 2, Aufgabe 2. Was bekommt ihr da? Ein Emoticon. So sieht das ganz aus. Ich weiß, Emoticons ist jetzt nicht so das, wo wir alle Hurra schreien. Aber das Ding gibt es. Why not? Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Was musst du da machen? Ist ja auch relativ einfach. Du brauchst einfach nur Gold ausgeben oder einsammeln. So ein Bunker empfiehlt sich. Da kennt ihr ja. Da gibt es Goldbarren und Paletten, die immer rumstehen. Da kann man gut was einsammeln. Ihr könnt aber auch einfach an einen Verkaufsautomaten gehen und dort dann einfach Sachen kaufen. Ja, so gebt ihr Gold aus und sammelt Gold ein. Relativ simple Sache. Ich glaube, das Ding macht ihr auf jeden Fall im Vorbeigehen. Das war die Nummer 2. Jetzt gehen wir auf die Nummer 3. Das Ding sieht richtig cool aus. Auch hier alle Elemente wieder hinten drauf als Rückenaccessoire. Finde ich richtig nice. So verbunden. Finde ich wirklich cool. Was müssen wir dafür machen? Lege Distanz in einem Zug zurück. Ja, wenn du auf Seite 2 bist, also die Seite 1 Aufgaben schon fertig hast. Seite 2 ist freigegeben. Lande einfach auf dem Zug. Ihr kennt das ja. Und fahrt damit ein Stück weit. Also ich habe die Distanz jetzt hier noch nicht, aber das sollst du machen. Ich glaube, ihr braucht nicht mal eine Runde in so einer Map drehen. Ja, wahrscheinlich reichen schon 500 Meter, 1000 Meter oder 2000. Konnte ich jetzt nicht erkennen. Aber die Aufgabe ist auf jeden Fall, dich auf einen Zug zu begeben und dort Distanz zurückzuleben. Und dann kriegst du das Avatarrad als Rückenaccessoire. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Coole Animation. Sieht ziemlich smooth aus. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Nummer 4. Auch cool. Hängegleiter. Ja, ich gucke mal ganz kurz. Ja, also was musst du hier machen? Einfach einen NPC anheuern. Einen Charakter anheuern. Das soll auch im Squad gehen. Also als Team, wenn ihr mit mehreren unterwegs seid. Das müsst ihr wahrscheinlich gar nicht als Solo machen. Aber das ist eigentlich alles. Ihr müsst einfach einen Charakter anheuern. Da gibt es diverse auf der Karte, die ihr anheuern könnt. Guckt da einfach in der Übersicht gerne auch nochmal rein. Ich kann ja nochmal ganz kurz raus scrollen. Hier hast du normalerweise Sammlung. Und dann siehst du diese ganzen Charaktere, wo sie sich auch befinden. Ja, und dann siehst du, was du damit machen kannst. Da siehst du zum Beispiel da unten, wenn dieses kleine Plus drauf ist, dann kannst du den Charakter, den hier unten, einfach anheuern. Einfach hingehen und anheuern. Das war es schon gewesen. Gehen wir nochmal zurück. Hier sind wir gelandet. Zack, 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 zack. Also das war die Nummer 4 von der Seite 2. Hier wird es ein bisschen kniffliger. Und ich glaube, das ist mit die schwerste Aufgabe. Also das Emote sieht richtig nice aus. Das erinnert mich auch an eins, was es schon gab. In ähnlicher Form. Vielleicht ist es bei euch auch so mit dieser Drehung. Ich glaube, das ist aber aus einer alten Season gewesen mit diesen lilanen Steinen. Also nichtsdestotrotz, es sieht nice aus. Was müsst ihr dafür machen? Ja, ihr müsst eine Krone aufsammeln oder verdienen. Aufsammeln ist relativ easy, in Anführungsstrichen. Ihr braucht nur relativ lange durchhalten. Wenn es nur noch 3, 4, 5 Gegner auf der Karte gibt, dann ist die Chance relativ hoch, dass da jemand dabei ist, der auch sehr gut ist und vielleicht so eine Krone mit am Start hat. Sammelt die einfach auf, dann habt ihr das geschafft oder verdient einfach eine. Also einen Sieg und dann einen epischen nochmal hinterher geschoben und zack, hast du die Krone. Aber es kann sein, dass es ein Stück weit kniffliger wird, weil natürlich alle jetzt wie verrückt darauf bedacht sind, irgendwo eine Krone aufzusammeln. Geht wohl aber auch im Squad. Also auch wenn ihr hier wieder zu 2, zu 3, zu 4 unterwegs seid in Teams, geht das wohl auch. Also insofern, ich glaube, da hast du sogar die größte Chance, wenn du ein cooles Team hast. Also ich finde das Ding richtig, richtig nice. Sehr, sehr cooles Emote, muss man sagen. Komplettiert einfach die gesamte Reihe. Und dann, wenn ihr das auch geschafft habt, dann bekommt ihr auch noch das hier. Schau mal, das ist dieser andere Stil ausgeglichen. Sieht auch richtig cool aus mit den leuchtenden Augen. Hier sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und da auch die ganze Variante nochmal als Lego dazu. Also, so sieht es aus. Das sind die ganzen Aufgaben aus dem Link. Die wollte ich euch schon mal präsentieren. Zwei Seiten sind es. Könnt ihr gerne nochmal zurückspulen, wenn es irgendwie zu schnell geht, wenn ihr Hilfe braucht oder so. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr braucht. Vielleicht noch als Tipps. Aber ich glaube, der Rest ist relativ selbsterklärend. Viele sehr, sehr einfache. Ein, zwei ein bisschen knifflige. Aber ich glaube, ihr kriegt es hin. Zumindest mal mit den Ideen, die ich euch jetzt mitgegeben habe. Abonniert den Kanal. Ist kostenlos. Vielen Dank für den Support. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit den Aufgaben. Viel Spaß mit den Items. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.